Mein Name ist Sandra Opitz, ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und studiere Lehramt. Nebenbei arbeite ich als Pflegekraft im FLEX-Team, weil ich hier meine Arbeitszeiten selbst bestimmen kann. So kann ich meinen Nebenjob perfekt an meine Seminare anpassen. Ich werde mal genau auf den Stationen eingesetzt, wo aufgrund von Engpässen gerade Bedarf ist.